Als großes Unternehmen verbringen wir sehr viel Zeit zwischen unseren Standorten auf der Straße. Das brachte für mich immer das Problem, dass Mitarbeiter aus meiner Mannschaft zu viel Zeit im Auto und zu wenig Zeit an der Arbeit verbrachten. Dank R2E konnten wir das lösen. Reisen zwischen den Standorten, morgens hin und abends wieder zurück. Der Fehler auf Geschäftsreisen ist Kenntas. Punkte wie Reisezeit, Bequemlichkeit und Zuverlässigkeit sind Bestandteil der persönlichen Lebensqualität. Und das ist auch mir sehr wichtig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017